Sandfort, ich komme gerade von der Rennstrecke, ziemlich beeindruckend, schnell die kann auch fahren auf der Rennstrecke, ganz abgesehen von dem Sound. Ja, und das sind die Dünen. Hier rechts ist die Rennstrecke, da hinten sieht man sie. Lönnachsee. Als nächster Stop kommt dann noch nach New York. Jetzt kommt erstmal ganz viel Wasser. In Düren ist es wohl heute ziemlich heiß. Um die 27, 28 Grad. Hier an der Nordsee ist es etwas milder. Deswegen immer so ein Windchen. Also viel kälter dürfte es auch nicht sein. Ich habe eine kurze Hose an, ein T-Shirt. 24 Grad haben wir hier. Das ist eben doch ein bisschen Unterschied, ne? Zum Landesinneren. Ich könnte mir vorstellen, im Winter kannst du dich überhaupt nicht aushalten. Da haben wir hier Stürme von der Nordsee. Da klappen hier bestimmt die Bürgersteige los. Hier kommt keine Sau mehr vorbei hier. Wir haben halt hier auch wahrscheinlich Saison. Was ist das denn da hinten? So, jetzt darf man 60 fahren. Vorher war es nicht so. Das war ein ganzes Stück 30. Ja, machen wir das doch. Ach, das ist ein Hotel. Und die Rennstrecke, die ist dann in die Dünen rein. Nach 300 Metern rechts halten. Ah, mein Navi läuft nur hinterher. Jetzt soll ich uns hier wieder nach Hause. Nach allem. Jetzt rechts.